Hallo liebe Leute, willkommen zu einem neuen Video von Ball & GIF Games. Wir sind auf dem Server von XGN. Auf einem Phase 2 Server mit GTI Models. Ja, so schlecht bin ich geworden. Ich bin runter gegangen zu den GTI Models. Nein Spaß, wir sehen gleich noch ein Intro. So Leute, da sind wir auf dem XGN Server. Wir wohnen hier leider hier eingesetzt auf diesem Network. Keine Ahnung was hier los ist. Aber hey, mal anschauen. Vielleicht finden wir hier neue Freunde. Ich exibue da der Beste. Jetzt sind wir da auch so ein strengeschen Film der Beste gibt's. Warte mal schauen wir. Vielleicht finden wir irgendwelche, die wir einfach so anhalten können. Hehehe. Mhm. Ja, das könnte ich immer hier in der Lokalien oder drücken. Denn der Gang wird nicht gerannt. Das könnte ich jetzt kurz mal chlorpotteln. Das könnte ich jetzt so. Das könnte ich jetzt auf demjuist werden. Und das könnte ich jetzt so schnell kommen. Und da könnte ich auch mal jetzt mal zu können. Das könnte ich auch mal das nicht mehr in der Lokalien. Ich könnte es noch mal kurz machen. Das ist schön da auch. So, wir können uns ja mal kurz auf den Boden anschauen. Man kann aber kümmerische Skins haben hier. Interessant. Ich glaube die haben noch kein Schuss, oder? Schuss-Echt-PTM. Nee, muss ich die bloß mal noch mal geben. Das wird Klammern-Echt-Lied-PTM. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Okay. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss, bitte. So, können Sie mir mal sagen, warum die jetzt auf einmal wegrennen? Verstehen Sie an? Ich schreibe doch nicht weg. Erstmal sind sie auch mal in ihren Dichter aufgeschalten und ich glaube, sie sollten mal in die Stadion hingehen. Sie sehen irgendwie nicht so gut aus. Ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Aber ab, ne? Ich hab's gemacht. Ich hab's gemacht. Nee, ich hab's gefunden. Ich hab's gemacht gefunden. Ich hab's gemacht. Ich hab's gemacht. Die Macht. Ich bin auch gemacht. Glaube ich. Oder nicht? Spürt ihr nicht ab? Die Wachleute? Ja, ich weiß gerade nicht, was sie hier machen. Die wollen auch scheißen. Ich tue jetzt eigentlich mal Arbeit. Die einen macht ja doch einen fällig Scheiß. Scheiß mal. Oh, ich hab's gemacht. 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 Na so sehr. Iced my house at the daran время. Major! Iced my house at theамен christ 주문. Major! Nee, ne! Warum mal lassen Sie die weg und ist nicht jemandem, was dahinten der Raum brennt? Ich hätte troschew 현 zum Beispiel erhoffen von so einem Rang. Ich hatte Mal ein wenig mehr davon erhofft an so einen Rang. Ja, nein. Ich kann mal nachmachen wie jetzt nicht. Da sie eigentlich ja am höchsten sind und... Weißt du nicht? Oder in der Ark dahinten. Ja, die Commander. Ja, das tut mir auch. Mein Gott ey. Feuer ist tot. So, dann bitte ich mal, dass sie alle mal hier bleiben. Stehen bleiben. Oh Gott. Dann wird sie alle verhaftet. Stehen bleiben. PTN. PTN. So, stehen bleiben. Doch, hab ich. Doch, hab ich. Schau mal, wen ich weiter nach oben. So. Erstmal. So, Sie, Herr Ark. Nee, warte mal. Ja. Wer ist jetzt weggerannt? Sie sind weggerannt. Oh, Sie sind weggerannt. Erstmal bitte ich mal eher von aus fragen, woher das Feuer kommt. Gut. Weil ich glaube nicht, dass das Feuer schon da war, als sie in den Raum reingerannt sind. Oder jemand macht hier Drohungen. Ich hab gebrannt. Sie haben gebrannt und laufen durchs Schiff herum. Sehr schön. Ja, schon. Ich bin keinem Förderseil. Das heißt, Sie setzen die anderen Personen hier auf dem Schiff in Gefahr. Okay. Ja, hab ich nicht. Doch, indem wir hier durchs Schiff... Entschuldigen Sie mal, Esti. Ja. Wir sind gerade auf einer... Wir denken gerade etwas auf. Und wir haben gerade unseren Arbeiten behindert. Wir waren gerade... Tja, mit einem großen Respekt. Warum rennt ihr weg, während das da hinten brennt und keiner sagt irgendwie die EUDs oder so Bescheid oder irgendjemandem, der einen Feuerlöscher hat? Ich habe mir mal überhin ein Feuerlöscher genommen und bin zurückgerannt, weil in der Nähe kein Feuerlöscher war. Hätten Sie mal geachtet. So. Und wer hat jetzt das Feuer da gemacht? Das heißt, ihr seid in den Raum reingerannt, während es da bei der Tür gebrannt hat? Und dann seid ihr dann wieder rausgerannt? Durchs Feuer durch? Doch. Ihr seid da reingegangen? Ja. Das heißt, das Feuer war da schon drin, wenn es keiner von euch war? Mach's nicht. Versteht's nicht. Ich hab keinen Brand. Also. Ja. Und warum rennen die durchs Schiff? Und weiter zu hoch entnehmen? Meine Güte. Ich kann das schon drin. Ach, schon Junge, das Schiff ja anfängt zu brennen, aber... Na dann könnten die ja die Rechnung bezahlen. Aber warum rennt ihr jetzt da hinten jetzt? Moment. Ich stört mal. Ja. Oh mein Gott, ja. Alter, 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 Leute. Ey, die sind einfach nur noch vormaschen. Habe ich jetzt immer noch was falsch gemacht? Eigentlich nicht, oder? Wurde das ja eigentlich jetzt nur klären. Eigentlich habe ich jetzt ja auch mit raus gemacht. Weil, hallo, das Schiff brennt. Alle laufen weg. Niemand funkt irgendjemanden an? Wo hat der jetzt ein Feuer gestellt her? Ich kann hier nichts erdenken, äh, hier sehen, dass hier irgendwo... ... was ich genug ist? Ich kann meine Tiere auch kommen, wenn ich nicht open geworden bin. Alle duele sind und ich denke, Open! Ich verstehe, dass ich die Flucht verbar doos bin. Warum ist diezinhohebren? Ich verfluche ihn nicht. Ähm... Okay, ich muss die alleine in die Hasse, Mama. Aber okay. Ich habe auch sicher! Ja. Ja. Überraschend, ich seh nur ich die Seide hier, oder? Nein, ich habe eine Ausperrung. Warum seid ihr jetzt da immer tüchternd? Ich bin ja hier so ziemlich frei, dass es... Komm, ähm, hallo. Ähm, ob wir uns auf der, ähm, noch kommen sollten. Oh mein Gott, eh, oh mein Gott. Ah, man kann es halt übertreiben. Ja, ich bin ja die Empatia. Äh, das habe ich schon mal geholt. Javi... ...Hauptbrücke... ...Send. Jetzt kontrolliert die Konsolen des Helden. Und jetzt... Okay. Machen wir einfach. Haben wir ja nichts anderes zu tun, oder? Ähm, ähm. Ja, jetzt ist das Türen und Left, ey, mein Gott. Ja, schlecht dazu, was man hier reinmachen kann. Aber... Na gut, ist ja auch unsere freie Meinung hier. Meiner Fall ist ja noch... Meiner Fall ist ja... ...ist ja noch noch im Internet. Haben wir natürlich trotzdem richtig jetzt... ...rein gepackt wird? Hm. Das ist ein Meischmese. Ich hab da auch noch so. Ja. ... ... ... Der Schuhe, wenn die sich mit der Schuhe mal loskennen, ob es ungewöhnlich ist, dass der OEC-Funk nicht im Chat angezeigt wird, sondern nur im FC-Menü. Wäre eine interessante Idee. Ich habe eine kleine Schuhe. Ich habe eine kleine Schuhe. Ich habe eine Schlosser. Schlusswort Und das ist echt, ist mit der Korn. Kontrolle, Kontrolle. Fertig. Die haben doch keinen. Das ist ja ruhig nicht schade. Das ist ja ruhig nicht, sonst ja. Nicht aufgarten. Der auch eindeutig eine S-Zerochen drin hat. Ja, dann kommen sie mal her. Ja. Die sind auf der 8-5-3-7. Das ist ja ruhig. Ja, das ist ja ruhig. Zwei Stunden später. Ja, die sieht richtig aus. Ja, das ist ja ruhig. Ja, das ist ja ruhig. Ja, wie ist das? Ja, das ist ja ruhig. Das ist ja ruhig. Das ist ja ruhig. Mit dem ist die Wunsch. Ich bin dabei, das ist das ruhig. Und das ist ja ruhig. So, und jetzt kommen wir mal kurz mal hierher, kurz mal herkommen, woher brauchen sie die Raketenwerfer-Munition? So haben sie ja, meinst du euch die Kiste geöffnet? Die dritte Kiste haben die geöffnet, so haben sie sie. Ja, machen wir das mal ganz schnell. Was ist dein Gefühl da auch für eine Scheiße bloß? Was ist hier los? Sofort die Tür öffnen! Tür öffnen, sofort! Tür öffnen, sofort! Tür öffnen, sofort! Tür öffnen, jetzt hier die Tür, oder sind hiermit alle verhaftet? Da ich gerade hier leider ne Leiche hier sehe. Da ist ne Leiche! Da hinten ist auch noch ne Leiche! Ja ist klar, die Macht! Ja, was soll ich das auch sagen? Ich glaub mir nicht! Ja, Lüge, ja. Hier brennt es, und ihr glaubt euch nicht, dass die Macht hier ist! Hier brennt es! Hat jemand Feuerhaut oder so? Ja, vielleicht will du nicht alles da rauskriegen! Ey, du, um die Wollung zu haften! Ja, ich bin nicht, ich bin echt nicht mehr. Ich kann hier niemanden verhaftet. Okay, also die Macht! Okay, ich klär euch mal auf! Die Macht, die will uns umbringen! Oh doch, ich kann hier nicht verständen! Entweder verlassen wir das Schiff, oder die Manns will uns töten, weil sie das Schiff für ihre Kinder brauchen! Komm aner! Sie bleiben jetzt hier! Erklären Sie mir, was hier los ist! Sie kommen jetzt hier mal her, Commander! So, wie kommen jetzt hier her, Commander, ey! Das geht überhaupt nicht, dass Sie hier einfach rausgehen! Jetzt kommen die ersten hier hin! Sie und Ihre Macht, ey! Ja, ist klar! So! Jetzt erklären Sie mal, warum hier eine Leiche hängt, und da hinten! Jetzt werden Sie mich schicken! Halt ihr mal Ruf! So, also was los? Und hören sie auf, wie alles? Und hören sie auf, freiwillig in Feuer rein zu rennen! Die Macht! Die Macht! Was ist denn das Versammeln an den... Ich weiß jetzt sicher, ob ich jetzt nirgends in den Versammlungsraum geh, während da hinten Leichen hängt und da hinten Feuer brennt! Oder irgendein Spannweiler aufgehangen ist! So! Und wer läuft jetzt alles hier durch? Die Seite einfach zieht durch! Hast du auch gewirkt? So, was ist denn wohl jetzt ein Euro? Haben wir daran gedacht? Öffnen sie sofort die Tür! Sofort die Tür öffnen! Sofort die Tür öffnen! Oh, wir haben mal die Leiche da unten ab! Also... Sie können uns nicht... Nach... Nach... Nach dem Systemen, und das nicht... Also... Commander Packer! Commander Packer! Bitte lassen Sie mich erstmal aufhören! Sie müssen zu einer Pflichttherapie im Zoo nach Pflichtkontrollverlust. Sollen Sie mich gerade verarschen? Dahinten hängt ne Leichte, dahinten ne Leichte, das Schiff brennt hier und die wollen wir einfach von der Pflichttherapie sagen? Tja ha. Absolut. Und jetzt hier die noch mitge- Nachher. Drängen Sie die Waffen runter. Und drängen Sie die gleiche runter und schauen Sie nach wobei der gestorben ist. Genauso wie dem hier. Und der da hinten? Hm? Au. Das ist eine ganze Einheit. Warum hängen die hier? Ah, ich weiss nicht. Die wissen es. Es waren wohl zu traumatisiert. Die wissen es. Warum die Macht? Warum die Macht hier? Hm. Ich weiss nicht. Die wissen es. Warum die Macht hier? Hören Sie mal auf, wenn... Und drängen Sie dann die Leichen auch runter. Hol ich die endlich von der Dicke runter. Oh, das stinkt nicht. Herr Doktor. Hol Sie jetzt die Leichen runter oder ich tue es dir gleich. Dann gibts ja Stress, ey. Oh, okay. Hier drauf gleich die Leiche. Und hier ist der Ferdy da hinten mal. Aha. Ferdy? Ferdy? Ich weiss nicht. Ich weiss nicht. Juste zu machen. Shut es dir nur an. Ich weiss nicht. Ich weiss nicht zu machen. Ich weiß nicht zu machen. Wir müssen das alles zusammen machen. Und ich weiß nicht. Nicht nach dem Blitzen. Und wenn wir die Leiche gesamt. Oh, das war ein bisschen süß, ja. Danke. So, beide fährt, man kann mal eigentlich schwör durch. So Leute, das war's mit dem ersten Video bei XGN. Ja, wir hatten jetzt irgendwie viel zu viel Stress gehabt. Wir sehen uns einfach beim nächsten Video wieder und tschau.